Vielen Dank, wer verdammt ist Alice. Und ihr beide habt schon richtig mitgetanzt. Das ist ja ganz, ganz klasse. Liebe Freunde, mein nächster Titel, der hat so ein bisschen was mit Weihnachten zu tun, denn der handelt von den Sternen. Da gibt es bei mir auch einen Titel, der heißt Du bist mein Stern. Damals bei Bernhard Brink zu Gast in Klaffenbach bei den Schlagern des Sommers. Und ich bin gespannt, wie das heute hier bei uns auf diesem wunderschönen Märchen, wie heißt es heute nochmal? Märchenwald, ne? Wo bist du denn überhaupt? Märchenwald Winterland, oder? Nein, Quascha, unser schöner Weihnachtsmarkt hier im Thalem mit einer riesengroßen und langen Tradition. Mein Titel, Du bist mein Stern. Los geht's. Achtung, da brauche ich nochmal die Hände. Und los, vorne, die rechte und die lente Hand dazu.